What up, Bro-Gang! Hi! Ja, Friends! Die Action ist am going! Abi verpasst natürlich fast alles, wenn ihr hier nicht auf Fullscreen aktiviert. Leute, was wollen sie machen? Ah, Fullscreen aktivieren. Fullscreen! Oh mein Gott! Das geht ja wirklich! Wie ihr seht, Leute, haben wir ein Full House, weil gestern noch echt viele Leute angekommen sind und die wurden von uns natürlich begrüßt und nicht nur irgendwie, Leute, nein! Sondern wir haben uns was ganz Neues und was ganz Innovatives überlegt. Der erste Gast, der gestern ankam, war Lukas. Und der Boy hat natürlich eine fette, 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 fette Begrüßung von uns bekommen. Mach rum, Junge! Ja, wie ihr seht, Innovation pur. Aber er war natürlich nicht der einzige Gast. Sondern Annika kam auch noch vorbei und musste den Hosenbein geleiten. Ihr müsst alle so mega ernst gucken. Ihr seid so süß! Doch dann kam ein Gast, dem niemand gerechnet hätte. Ein Gast, den wir lange nicht mehr gesehen haben. Ein Gast, den wir lange sehen wollten. Ein Gast wie kein anderer. Shit! Ist das... Ey! Es ist wer ich... Es ist wer ich denk... Es ist nicht... Das ist nicht! Es ist ein Typ, oder? Nein! Der Hosenbring! Alles klar! Ah, Mann! Mann, Eilig steht noch im Auto. Oh, fuck. Ist der noch klar? Ist der noch klar? Ist der noch klar? Junge, Alter. Ich muss noch kurz telefonieren. Ey, viel Spaß mit Menzenieren, Bro. Kein Dankeschön.